Liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe alles gelootet und abgebaut. Also es lohnt sich ja richtig in diesen Containern das Zeug mittlerweile. Also das ist ja fett. So, jetzt sehe ich gerade, ich habe gar keine Gesundheit. Also die musste ich mal ein bisschen optimieren. Nicht, dass ich dann hier irgendwie hopsgehe, weil was ist, wenn ich jetzt hopsgehe, dann spawne ich wahrscheinlich irgendwo, kann ich nur in der Nähe spawren. Naja gut, okay. Okay, also wir fliegen weiter zum BioLab und dann werden wir sehen, was wir für ein Schiff nehmen und dann verschwinden wir hier. Aber solange bleibe ich noch da. Ja, ich brauche noch. Wir haben 22, wir haben eine Menge gefunden. Das ist okay. Das große behalte ich mir, weil ich glaube, das war gegen irgendwelche Bisse von irgendwelchen blöden Viechern. So, noch einen und vielleicht noch einen zweiten oder wir lassen das. Wollen wir mal, wie viel ist denn das eigentlich? Äh, 75. Nö, das ist okay. Sparen wir uns. Wir sparen uns das. Und machen weiter. Richtung. Richtung ist gut. Oh. Ja, also. Ja, also. Hier ist ja, hier ist ja am laufenden Band was. Sollte man nachladen. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Zwei Stunden? Das ist duster. Was ist das? Okay. Ja, das ist natürlich nett. Gut. Ja, geschossen. Outpost. Einfach so ein kleiner oder mal. Ich vermute mal hier. Hier. Ja, und dann da drüben irgendwie. Ähm. Äh, daneben. Und da vorne. Jupp. Nee, doch noch nicht. Jetzt. Jetzt. Gut. Ja, das, die, ich sag mal, die Dinger sind ja entspannt eigentlich. Finde ich. Oh, nee. Ja, du, du, du hast mitgedacht. Ich würde sagen, du hast mitgedacht. Du gehst runter. Ach, da sind kleine Gesch- Ach, hier, hier, ja. Die kleinen Hinterhältichen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte.com. Um's weg. Und dann. Okay, ich flieg nochmal rum. Alles klar. Alles klar. Du auch. Du bist auch. Du bist auch. Wo bist du? Ach, da ist noch. Oh. Okay. Ja, wir brauchen doch vier. Kanonen, äh, Raketen. Die Kanonen. Ja, und immer noch nicht. Jetzt ja, wenn das so nachexplodiert, weißt du, alles klar. So, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Dann fliegen wir nochmal eine Runde rum. Und dann zerlegen wir den Outpost. Die Frage ist, ob ich den ignoriere oder ob ich mal reinschaue. Naja, dachte ich mir. Mittlerweile habe ich den wahrscheinlich schon richtig zerschrubbt. Insofern, hier drüben ist bestimmt auch noch einer. Genau. Gut, nachgeladen. Ja, na gut, dann gehe ich mal rein. Gehen wir mal rein. Die Raketendrohne. Die lassen wir dort. Müssen wir immer ein Auge drauf haben, dass wir nicht doch irgendwie von Raketen beschossen werden, die dann kommen. So. So. Vf. Nachgeladen. Okay. Checken wir mal die Lage. Warte mal, Jetpack habe ich natürlich wieder nie an. Ah, das ist natürlich typisch. Typisch. Hier geht gar nichts rein. Hier geht gar nichts rein. Okay. Ähm. Hier vorne ging was rein. Hier vorne ging was rein. Oh. Oh Alter, ich bin erschrocken. Oh, ich bin erschrocken. Weil ich dachte, ich habe das alles weggeräuchert. Boah. Okay. Hat sich ja Glück gehabt. Also wahrscheinlich, ähm, ja. Den anderen hat es weggeräuchert. Alles klar. Wenn du dann so denkst. Äh, ich weiß nicht, was ich das... Das ist ein Schalter. Der Schalter ist wahrscheinlich... Warte, warte. Warte, ob ich den... Soll ich den mal machen? Ach, da geht die Tür wahrscheinlich auf, hä? Oh. Kommt nicht ganz bis runter, hä? Geht die Tür wahrscheinlich auf. Hier fiel was runter. Also lassen wir mal lieber den Schalter Schalter sein. Okay. Ja, diese hinterhältischen Sachen immer hier, die hier eingebaut wurden. Da fallen dann die... Aber hier hat man glaube ich noch nie. Da fallen dann die Typen von der Decke auf den Kopf. Gut, hier ist es... Im Gegensatz zu den anderen ist es eigentlich clear. Okay. Dann lasse ich mal den Schalter Schalter sein. Ich könnte natürlich... Oder wir probieren es mal. Ach, wir wollen es probieren. Oder mal auf der Seite. Das habe ich weggeholt. Wahrscheinlich. Und hier, das war schon. Kann natürlich auch sein, dass ich mit den Schaltern dann gerade was aktiviere. Ähm. So, wie viele Sprengungen habe ich noch? Ich habe drei. Also ich... Entweder ich baue mal was. Das müsste glaube ich gehen mittlerweile. Ich könnte ja zur Not auch irgendwo eine Platte bauen. Wir aktivieren das mal. Genau, da geht es auf. Okay. Und da wäre das wahrscheinlich aktiviert worden hier. Da wäre hier irgendwas runtergeburzelt. Hm. Raffiniert. So. Okay, dann gehen wir mal rein. Da hinten ist nix. Okay. Wir müssen natürlich immer wachsam sein, dass hier irgendwelche Sprengplatten irgendwo dann... Ach, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wir können ja folgendes machen. Machen wir auf. Uh. Geht gar nicht mehr. Ich wollte hier wegen... Drohne. Genau. Das wollte ich doch machen. Checken. Können wir doch machen. Wir müssen doch hier nie blind reinlaufen. Also hier ist alles gut. Hier oben ist ein Geschütz. Äh. Warum schießt das nicht? Ich wäre wahrscheinlich irgendwas aktivieren wieder, oder so. Dem Schalter. Naja, okay. Das ist immer so eine Sache. Ach, da geht dann die Tür auf. Und dann wahrscheinlich wird irgendwas anderes wieder, irgendwas Schräges aktiviert. Ja, naja. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. Ja, hallo. Alles klar. So. Also. Die Tür ist zu. Ich könnte natürlich das Ding einfach wegrotzen. Das geht ja eigentlich auch. Wenn ich das Ding wegrotze. Aber das wäre ja nicht so spannend. Ich glaube, das müsste ja gehen. Ist da hinter irgendwas? Nee. Oder hier oben. Das müsste doch gehen, hä? Oder? Ach nee, das geht. Das... Ich glaube, das geht nicht. Das musst du extra explizit festlegen, dass das geht. Also wie die Türen oder so. Und das passiert ist nämlich nichts. Ja, ja, ja. Alles klar. Genau. Passiert überhaupt nichts. Nur Munitionsvergeudung. Okay. Insofern. Gut. So. Jetzt ist folgendes. Äh. Wir könnten natürlich jetzt mal hier so... Da purzeln bestimmt hier oben irgendwelche runter, hä? So, was dachte ich mir. Ah, da oben ist nochmal. Aber wir... Da oben ist der Kern. Alles klar. Und jetzt ist das gleiche, wo ich vorhin das nie zerschossen habe. Das kann ich jetzt wahrscheinlich zerschießen. Okay, und da ist noch ein Spawnpunkt. Nee, geht doch nicht. Aha. Vielleicht ist das völlig verkehrt. Warte mal. Warte mal. Also da ist was. Da ist was. Und... Also da ist ne... Hier zurückmacher. Wir gehen das nicht. Genau. So, und jetzt... Ach, da muss ich an der Seite hoch, hä? Na, ich kann eben nie in die... Ich kann eben nie in die Hocke gehen. Das ist so blöd. Das finde ich eigentlich... Das wäre... Finde ich cooler. Hier haben wir doch gesehen. Okay. Oder ich habe am Anfang irgendwas... Irgendwas nicht aktiviert. Was... Äh... Was ich aktiviert hätte sollen. Und die demzufolge ist jetzt alles... Äh, weil die haben ja nicht geschossen. Die haben ja nicht geschossen. Ich habe wahrscheinlich am Anfang irgendwas... Neaktiviert. ok 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 das alter 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 okay gut die habe ich nicht an die die wollen so ein bisschen drin in dem diesen eckigen komischen dingern hier habe ich immer was ja okay jetzt haben wir es aber geklärt und wieso kriege ich das da nicht kaputt eigentlich müsste ich das doch kaputt kriegen mit irgendwas also ich klar ich kann jetzt eine sprengung reinlegen aber sonst ging das ja eigentlich immer auf ich hab gar keine lichtern sehe ich wieder na gut okay dann machen wir folgendes ich habe schon drauf geschossen das wird nix das heißt ich muss doch eine sprengladung nehmen oder kann mich vielleicht oben irgendwo hin wartet mal wartet mal wartet mal vielleicht komme ich ja oben irgendwo hin ich will jetzt noch nicht die sprengladung vertreten das ist okay das war jetzt nicht so viel das ist schon besser wer hat das bau mal dann alles ab klasse ja 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 schon was nicht schon nicht im radar sehe ich auch noch da kommt das rote ich glaube da kommt das rote ich sollte mal runter gehen und das geht pack komm ich nicht raus da ist irgendwas rotes oder da kommt da was rotes da da kommt da was rotes okay ich muss hier raus da kommt was rotes kommt mach weg wo ist echt alter und 100 plus 100 plus da muss ich hier unten raus scheiße kommt näher ich will mein schiff behalten oh da habe ich ein bisschen was mehr weggenommen alles klar da habe ich ein bisschen was mehr weggenommen als was geplant war hier ging es raus hier ging es raus hier ging es raus hier ging es raus und ich habe noch einen da haben wir ja glück oder oder kann ich das jetzt auch machen nee okay 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 da muss ich mir noch was ausdenken mit den kern da muss das umzuschließen einfach keine und rohne okay naja wie 260 wieder ich muss mich beilen manchmal mal hier das an okay gut also outpost ich muss den ich muss den kern zerstören ich will das alles abbauen dann oder machen oder oder lassen wir das ich mache das dann extra wir fliegen mal zum zum bio lab wir können natürlich trotzdem noch mal schauen ich kann mal versuchen oben hin zu springen jetpack ist an vorher mache ich mal hier noch ein bisschen heilung dass das hier immer noch ein bisschen sauerstoff ja es geht hält sich um grenzen alles alles gut da würde mal eins machen wir noch gut okay hier ist alles clear ähm wie komme ich da hoch das ist die frage am besten ich naja ich weiß ist irgendwie was ist denn da naja das ist da oben und ich muss dort irgendwo hin oder ich zerruppt das einfach mit raketen ach klar komm wir fliegen hoch wir fliegen hoch und rupen das einfach wir sehen das ohne ne ist schon ganz schön dunkel alles klar müssen wir so lassen sonst seht ihr ja überhaupt nichts so das ist da oben das ding und dann war ja eigentlich nee der doch der oben der der war hier oben drin der war hier oben drin richtig und dann eigentlich die die kuppel noch wegnehmen oder jetzt war weg jetzt war weg sehr gut sehr gut das war weg das einzige war jetzt eben wo ich befürchtete und was ich jetzt nicht weiß ob ich vielleicht die die ganzen die ganzen container alle weggeschrubbt aber natürlich jetzt blöd das werden wir gleich mal sehen oder mal wenn die von dort kommen dann ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn ich hier so bleibe okay checken das nochmal alles weg das war natürlich völlig fehl ach so ist natürlich alles irgendwie kaputt so also wir checken nochmal ähm nee 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 warte 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 ach so die ganzen treppen sind weg hallo so hier ist noch da ist noch da ist noch da sind noch da gut dann nehmen wir die mal mit und so die ganzen restlichen sachen die lud ich dann das nächste mal hier sowas was ich dann alles abbaue dass wir uns dann das schiff leisten können und hier sowas alles im impf sieht eigentlich dann alles generator und so weiter lampen alles so da fliegen wir nämlich weiter zum bio lab da haben wir das dann auch ähm vorher checke ich mal noch die quatsch das war falsch äh wollte ich die sachen alle noch übertragen was ich jetzt in meiner frachtbox habe äh quatsch was ich jetzt bei mir hier drin habe ähm stapelt sich da irgendwas ne da stapelt sich wahrscheinlich nix hier da ist doch schon ganz schön viel es lämmert sich zusammen und die dritte haben wir hier noch luft ja dieser komplett leer okay also das 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 ähm die sachen die anderen sachen sind alle für konstruktor okay so mit dem darf natürlich nix passieren hier mit dem vielleicht ich überlege vielleicht baue ich hier noch irgendwo eine kleine basis hin ähm wenn ich dann ich weiß es nicht oder wir fliegen jetzt dorthin wir schauen mal wir schauen mal wir schauen mal so das war das das war das und jetzt brauchte ich natürlich noch hatte ich ein hatte doch hier einen Kühlschrank oder jup so da haben wir das wie sieht es aus ich könnte eigentlich was essen ein bisschen Heilung ach das hier das brauchen wir noch nicht also das brauchen wir nicht hier immer Anzug jetzt hauen wir hier rein alles klar gut nachladen äh warte mal vielleicht 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 mir fällt gerade was ein fällt gerade was ein genau das fällt mir gerade ein ich muss mal reparieren erstmal schnell die Lage checken dass ich uh dass ich dann irgendwie mitten im Gefecht sehe dass dann irgendwas sich verabschiedet genau irgendwie die seite aber das letzte mal glaube ich auch und hier arme Raketenwerfer so das ist natürlich das auch noch dran das ist wahrscheinlich nicht checken wir mal so ein bisschen hier gehen wir kurz ab ja nachladen bitte so ich weiß jetzt nicht wie es unten aus wie es unten aussieht das ist natürlich ein bisschen blöd aber das ist jetzt nicht so schlimm gut gut okay okay weiter geht's und wo sind wir wie sieht's aus das müssen wir da eigentlich langsam wieder haben boah ein bisschen noch neun stunden ich lass es mal an so oder seht ihr besser wahrscheinlich vermutlich okay zwei stunden äh quatsch zwei stunden zwei kilometer ich hab grad oben auf die zeit geschaut wann es wieder heil wird das heißt ich flieg ähm hm ich flieg gegen die sonne hm das ist natürlich blöd okay haben wir irgendwas was wir hier vielleicht übersehen aber ich denke man es macht rechtzeitig bling hm verstehe ich das nicht gerade war es elf jetzt ist es plötzlich elf stunden bis es aufgeht und jetzt ist es jetzt geht es in 20 sekunden unter oh ich sehe gar nichts das geht nicht warte mal warte 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 da hinten haben wir es doch schon genau okay ich würde sagen wir können vielleicht nochmal die verteidigung ausschalten oder es wäre doch nochmal was weil die raketen waren auch langsam knapp ich habe also ich muss irgendwo ich muss dann irgendwie mir eine kleine basis bauen oder beziehungsweise ihr äh oder ein schiff eben wie gesagt also entweder ich ziehe eins rein oder ich sehe nix gegen die sonne ist assi genau ich würde gerade sagen wo sind die oh ja wo sind die geschütze aber die holen wir uns jetzt da hinten nach der Ecke wahrscheinlich genau und dann die grünen okay da sind noch ganz schön viele hier oh weg okay super weg weg da oben noch an der spitze weg die rakete versucht es ist ja niedlich ist ja niedlich weg so komm her scharf wieder alter ich okay alles klar so nachladen die haben wir jetzt noch sechs stück also 15 drinnen und sechs stück wird knapp was war da rot ich muss gerne ach so ach so quark das ist ja mein eigener mein eigener naja wisst schon ähm marker der gelbe ist und das andere rot so also ich denke mal so von den geschützen ist erstmal alles klar ähm ich werde folgendes machen ich werde jetzt erstmal bevor wir hier reingehen ähm werde ich erstmal das andere noch looten das ist jetzt erstmal alles clear äh wo ist die Drohne also genau ich werde das andere looten und dann werden wir uns hier wiedersehen zu diesen einnehmendes BioLab so machen wir das VF ah ist schon ein bisschen naja müssen wir das wieder machen machen wir dann was noch einsammeln alles klar so machen wir das jep also liebe Leute wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Einnahme des BioLab oh was war das achso das ist der Meteoriten-Einschlag so also in dem Sinne bis zum nächsten Mal ciao